Ähm, ja gut, ich sollte nicht immer meine Fresse so groß aufreißen, weil dann bekomme ich auf die Fresse. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Splatoon 2. Wir spielen heute mal wieder ein bisschen Rangkampf, haben wir ja auch schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Und ich sehe gerade, ich habe noch die Waffe vom letzten Mal equipped. Aber macht ja auch nichts, haben wir mal ein bisschen eine Abwechslung hier. Ja, wir spielen Herrschaft beim Rangkampf, äh, und ja, hier geht es natürlich drum, die, äh, Zonen zu halten. Und, okay, anscheinend komme ich ganz okay klar hiermit. Ja, läuft, 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 läuft. Die Ulti haben wir immerhin ein bisschen gezündet bekommen, ne, äh, bruh. Ja, die gehen dafür und zwar, aber das bekommen wir ganz easy peasy jetzt wieder geändert. Weil die Dudes, die sind schlecht und ich versuche einfach mal, jawohl, wir haben die Herrschaft oder zumindest einen Teil der Herrschaft zurück. Ähm, was heißt die zurück? Wir haben ihn nicht zurück, den Teil der Herrschaft, sondern wir haben überhaupt erstmal die Herrschaft erlangt, ne. Das ist ja die Sache. Oh nein, oh nein. Aber wir hatten gerade schon, okay, gerade schon 80. Das ist natürlich sehr interessant, ich hätte die Ulti natürlich zünden können, aber, joa, passiert halt, ne, so im Stress macht man dann halt nicht immer alles. Okay, sehr schön, mhm, sehr geil. Schmeißen wir mal ganz kurz die Bombe nach vorne, ja, wir wissen ja, es ist am letzten Mal, ich kann jetzt mit Sekundären umgehen, ein bisschen zumindest. So, schön die Ulti nach vorne geschmissen da. Ah, Jungs, 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 ah. Ja, ich bin es nicht gewohnt, dass ich nicht rollen kann. Das Rollen ist am meisten schon ganz praktisch. Ja, muss ich mich gerade ein bisschen daran gewöhnen, dass ich, äh, nicht, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, wir wollen nicht die Bonuspunkte bekommen, wir wollen nicht die Bonuspunkte bekommen. Oh, 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 ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Oh nein, oh nein, also diese, diese Zusatzpunkte da, die will ich eigentlich nicht bekommen, scheiße. Ah, und da sind sie. Okay, das passiert, äh, habe ich ja gelernt von euch, wenn man, ja, einmal die Herrschaft hatte und sie dann komplett verloren hat und bei den anderen der Zähne wieder weiterzählt, dann bekommt man diese Pluspunkte da unter dem Counter, unter dem Hauptcounter. Hm, und, ja, das ist halt einfach, damit man nicht so komplett nach vorne rushen kann. Ich passe mal hier ein bisschen auf in der Gegend. Ah, ja, 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 moin, okay, moin. Ja, ich glaube, ich muss nachher mal kurz meine Waffe wechseln. Ah, aber wir sind in Führung. Yes, nice, kommt nach vorne, Leute, kommt nach vorne. So, das war nicht so optimal von mir. Natürlich wurden alle umgebracht, klar, passt, läuft super. Wir haben auch wieder 26 Zusatzpunkte bekommen. Okay. Jawohl, Freunde. Wisst ihr, so spielt man Rangkampf. Ich bin übrigens B- Falls es irgendjemanden jucken sollte Ich glaube, ich bin B- in Herrschaft Also ja, nicht das Beste hier Weil ich halt auch kaum rankam spiele Ist tatsächlich so Ähm, ja, moin Moin, moin Digi Aha Ja, ich habe noch ein paar Bomben gezündet Easy Ähm, wir sind nicht mehr in Führung Wieso sind wir nicht mehr in Führung? Das gefällt mir nicht Bitte werden nicht umgebracht, Matt Dankeschön Oh, sehr gut Sehr gut Oh, ich bin mal weg Das war ultra unfair Oh, Kacke Oh, dieses Episphäre ist natürlich Für den Modus hier super praktisch Da muss man dazu sagen Also, die Episphäre ist natürlich ultra OP hier In Herrschaft Let's try our best Dass wir mal wieder die Herrschaft bekommen Ist ein sehr ausgeglichenes Battle tatsächlich Muss ich sagen Gefällt mir Ja, das gefällt mir allerdings nicht so Naja, ich zünd mal ganz kurz die Ulti wieder Ne, läuft hier ganz gut Ja, läuft Ja, ja, nice Nice, 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 nice Oh, nice Gefällt mir Oh, ja, das gefällt mir nicht so Okay, wir sind noch immer leider bei 60 oben Das ist echt nicht so nice Aber wir haben auch keine Disconnects Ne, alles fair Okay Ja, wollte ich nur kurz überprüft haben Ob hier auch wirklich alles mit fairen Dingen zugeht Ich kann aber auch mit der Waffe nicht gut umgehen War ein bisschen ein Fehler, dass ich die Waffe nicht geprüft habe Weil normalerweise wechsle ich die Waffe ja nicht Aber dadurch, dass wir letztes Mal eben die Challenge hatten Hab ich natürlich eine andere Waffe drin gehabt Das ist leider problematisch Das ist leider sehr problematic So, den Dude haben wir erstmal weggefickt So, Zähler haben wir wieder Komm, ab nach vorne hier mit dem Zeug Schön nach vorne hier mit den Bomben Freunde Schön nach vorne hier Ja, nee, nix Zähler angehalten hier Nix Zähler angehalten Ich hab drei Leute erledigt Ja, Freunde So funktioniert der ganze Spaß So funktioniert der ganze Spaß Wir sind in der Verlängerung Aber Bis wir bei 20 unten sind Kann es natürlich schnell passieren Dass wir hier sterben Ja Das war's Das war's Das war's Oh, 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 oh Teammates Ihr seid die Besten, Alter Wow, wow, wow Shit Wir müssen nach vorne Nein Oh mein Gott Aber zum Schluss Wollten wir echt Nochmal hier Die Sau rauslassen Und uns retten Oh, man Hier Na, scheiße Das ist echt bitter Aber was willst du machen, ne Aber 17 Kills Und 5 Mal die Ulti Das lässt sich doch sehen Anderes Okay, nochmal der ganze Spaß Hier auf der Steinkühlergrube Naja Mal gucken Ich hab jetzt auf jeden Fall Die andere Waffe ausgerüstet Wieder meine Dual Platscher Dingsbums da Dual Turbo Platscher Ich weiß es schon wieder nicht Wie die heißen Aber diese roten Bohrer Halt auf jeden Fall Ähm Was ist das für eine Musik Ist das die Vierer Musik Aus der Version 4 Ich weiß es nicht Okay Kein Plan Was das für eine Musik ist Die ist ganz weird Die ist ganz weird Okay Aber es läuft Ganz kurz eine Bombe Nach vorne Jawohl Sehr schön Na, na, na Freunde Hier wird nichts Zurückgefärbt Hier wird nichts Zurückgefärbt Oh no Oh no Das war nicht so schlau Alles gut Tintenschauer Nach vorne Tintenschauer Ist natürlich auch praktisch In dem Modus Muss ich sagen Äh Die kommen gleich von da oben Würde ich behaupten Ja Okay Okay mein Freund Aha Aha Okay mein Freund Okay Alles klar Alles klar Digi Alles klar Digi Aber das Ding Sollten wir eigentlich Da sind wir gerade ganz gut Dabei muss ich sagen Ja Sehr gut Da haben wir Niklas gekillt Ist übrigens niemand Die aus der Community Niemand aus der Community hier Weil Rangkampf und so Ne Daher funktioniert das ja nicht Mit der Community Äh Ich werde auf jeden Fall Irgendwann in Zukunft Auch nochmal probieren Ligakampf zu spielen Ne Keine Frage Werde ich auf jeden Fall versuchen Ligakampf Ist natürlich eine spaßige Sache Aber man braucht halt Die Leute dafür So Mal ganz kurz ausgewichen Das haben sie natürlich Wollten sie nutzen Aber keine Chance Gegen Die Geilen Views hier Dass sie hier Einfach mal ganz kurz Unsere Führung beenden Das wird nichts Freunde Unsere Führung Die ist einfach unendlich Unsere Führung Ist unendlich Ja Wir haben Noch kein einziges Mal Unsere Führung verloren Und es wird auch Nicht passieren Es wird Einfach Nicht passieren Fünf Vier Drei Zwo Eins Das war's Was willst du machen Kaum habe ich die geile Waffe Läuft's Das ist doch ein Zeichen Freunde Das ist doch einfach Nur ein Zeichen Jetzt mal ernsthaft Die Runde war echt nice Oder die Gegner waren scheiße Wie auch immer Aber ich hab Ja auch hier Acht Kills wieder geholt Zweimal die Ulti Passt Ja da sind wir Okay So haben wir Ja wir haben mal ein bisschen Abwechslung bei der Map Und zwar jetzt hier im Cetacea Markt Oder Cetacea Ich weiß noch immer nicht Wie man das ausspricht Aber ist auch scheißegal So Bams Dann Racen wir mal nach vorne Oh nein Da hat jemand Einen Wannenschwapper dabei Da hat jemand Einen Wannenschwapper dabei Ja lecko mio Ja lecko mio Oh 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 Das ist natürlich sehr kritisch Das ist natürlich sehr kritisch Okay Aber alles gut Wir sind noch in Führung Wir sind noch in Führung Wir bleiben auch mal hier Und das muss gleich mal Wieder zurückgefärbt werden So geht das hier gar nicht Oh 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 Das ist natürlich sehr interessant Das ist natürlich Very interesting Jawohl Ah ja Ja ne Okay Gar kein Thema Gar kein Thema Ah ne Passt Alles gut Alles gut Alles gut Oh mhm Okay Ja ne mein Freund Das wird auch nix hier Äh So Komm Sag einmal das So hier Oh nein Oh nein Da haben sie tatsächlich Die Herrschaft einmal erlangt Aber Das wird auch nix Meine Freunde Ja ne Ne das wird einfach nix Leute Das wird einfach nix Bei euch Ai 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 Ne Äh Die Orangen Die sind ja schon ganz nett Aber Wir sind ein bisschen netter Tatsächlich Vom Skill her Vom Skill her Spaß Ähm So Na komm Oha Hm Okay Das war natürlich etwas Dezent Spastisch Von ihm Muss ich dazu sagen Na dann versuchen wir uns doch mal in die Mitte hier zu racen Okay Das war nicht so schlau Dass der Typ da gerade gestorben ist Ähm Okay Da ist ein Dude Da ist ein Dude Da ist ein Dude Da ist ein Dude Sehr schön Ich hab mir die Neujahrsausrüstung noch nicht geholt Fällt mir gerade mal auf Diese Die Die gibt's ja für Splatfest Aber Die hab ich mir noch nicht geholt Ich bin ja auch schön blöd Alter Ich bin ja auch schön blöd Mensch Sowas aber auch Ähm Oh 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 Den hab ich aber nicht gesehen Den Dumbo Fund Ey Ey Dumbo Fund ne Bist schon so ein Dumbo Fund Ja Eieieiei Okay Kommen wir von hier oben wieder Alles Alles gut Da ist der Dude mit dem Wannschwapper Den Wannschwapper Dude Den sollten wir irgendwie loswerden Ja weil Der fuckt halt wirklich dezent ab Oder Wir verlieren das auch einfach mal Ganz spontan Das ist auch ne Möglichkeit Ähm Ja gut Ich sollte nicht immer meine Fresse so groß aufreißen Weil dann bekomme ich auf die Fresse Das ist halt auch problematisch Kacke Ne Kacke hätte ich jetzt mal gesagt Aber wir sind die Besten bei uns im Team Ja ha Easy Und kein Riss Okay Leute Das war's wieder mit dieser Folge von Splatoon 2 Am Wochenende wird's einen Splatfest Stream geben Am Samstag Am Freitag ist ja der 12 Stunden Stream Und Ähm Samstag Wird's dann einen Wunderschönen Splatfest Stream geben Ja gut Dann würde ich sagen Sehen wir uns Bis dahin Und Tschüss Oh damn Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal.